Was ist der Erfolg? Es gibt zwei Faktoren, die den Erfolg ausmachen. Zum einen kommen wir in die Regionen, sind also vor Ort. Die Kunden haben kurze Wege und das schätzen die doch sehr. Und der zweite Faktor ist, dass wir wirklich ein sehr attraktives Angebot haben. Dieser Mix aus verschiedensten Elementen und den Bestandteilen, Vorträge, Prozesspräsentationen, den verschiedenen Arbeitsplätzen wie bei einer CeBIT so ähnlich, das ist quasi einmalig und in der Region nahezu das Einzige, wo man sich so komplett auch informieren und die Themen mitnehmen kann. Zu sagen, der regionale Infotag ersetzt eine CeBIT, ich glaube, das wäre nicht fair. Ich glaube aber, dass wir mit dem regionalen Infotag ein Format gefunden haben, das sehr nah an das herankommt, was wir auf der CeBIT immer gemacht haben. Also der größte Fortschritt, den wir in der nächsten Zeit erwarten dürfen, das ist die Buchungsautomatisierung, unsere FIBO-Automatisierung. Das wird der Quantensprung für die Produktivität und Effizienz in der Kanzlei. Und aus meiner Sicht ist es wirklich dieser Aspekt der Buchungsautomatisierung, dass ich zu einer Just-in-Time-Buchführung komme. Also das heißt in dem Moment, wo ich in einem Vorsystem, wo ein Beleg entsteht oder Information oder Datum entsteht, wenn das auch schon verarbeitet wird und damit letztendlich auch die Auswirkung auf das Geschäft des Mandanten klar ist, dann kann ich an der Stelle auch als Steuerberater beraten und kann meinem Mandanten auch wirklich operativ in seinem Business weiterhelfen. Und das ist wirklich ein Asset, ein strategischer Erfolgsfaktor. Den bietet uns eben nur die Digitalisierung und Automatisierung. Ich bin jetzt das erste Mal da, muss ich sagen, aber ich fand es ganz spannend, Austausch mit Kollegen am Tisch, habe da so ein, zwei Hinweise gekriegt, die ich jetzt auf der Heimfahrt gleich mal ein bisschen googeln muss. Es ist die Zukunft, die Digitalisierung, da braucht man gar nicht drum herumreden. Das heißt also, wenn ich mich die Kanzlei digitalisiere, dann stärke ich auch die Marktposition der Kanzlei. Es gibt so etwas wie Wissensmanagement, ich kann das Wissen, die Informationen viel besser an allen Mitarbeitern zugänglich machen und das empfinde ich sehr spannend. Es ist alles im Aufbruch und das mit zu begleiten und zu verändern, das macht einfach Spaß. Man kann sich an den Infoständen ja quasi live vorführen lassen, wie das und das und das geht und den Dativ-Mitarbeiter direkt fragen, du, wie ist denn das? Das ist doch praktisch, das gibt es so an keiner anderen Stelle. Also habe ich jedenfalls noch nicht gefunden. Also die nächsten Steps sind, dass wir selber aufs Ersetzen des Kennen umsteigen wollen. Also wir machen zwar digitale Buchführung selber seit 2013, haben aber noch nicht das Ersetzen des Kennen. Wir sind letztens ja auf DMS umgestiegen. Wir möchten schauen, dass der Anteil der Mandanten, die digital sind, dass der noch weiter ansteigt, dass wir da einfach mittelfristig gut aufgestellt sind, für die Zukunft einfach bereit. Was wir schon wahrnehmen, ist, dass die Dynamik deutlich zugenommen hat im Berufsstand, dass sich viel mehr für dieses Thema interessieren. Wir erleben das ja auch hier an den regionalen Infotagen. Wir haben Rekordteilnehmerzahlen, über 6000 Teilnehmer und wir haben uns auch mal angeschaut, was sind denn das für Teilnehmer? Sind das jetzt nur die Profis, die schon total digital unterwegs sind? Nein, im Gegenteil. Also wir haben zwei Drittel Teilnehmer, die letztes Jahr nicht da waren. Wir haben über die Hälfte, die noch am Anfang mit der Digitalisierung stehen und die sich hier, glaube ich, so den letzten Impuls holen wollen, um dann auch wirklich loszulegen und die Kanzlei zu digitalisieren. Uns macht es natürlich glücklich, dass wir die Auszeichnung erhalten haben, dass sich die Anstrengungen gelohnt haben, die wir so die letzten Jahre getätigt haben. Von dem her einfach nur glücklich, dass wir das erreicht haben. Wir werden es natürlich in der Außenkommunikation mit den Kunden einsetzen, Website, aber natürlich auch für die Mitarbeitergewinnung. Ich denke, dass wir da einfach das zeigen, dass wir eine fortschrittliche Kanzlei sind. Also was ich total klasse finde, ich halte ja den ersten Vortrag hier, Ihr Weg zur digitalen Kanzlei. Und nach dem Vortrag, da darf ich mich schon auch mit vielen kritischen Teilnehmern auseinandersetzen, die doch die eine oder andere These dann auch in Freie stellen. Und diese Auseinandersetzung, die finde ich total spannend, weil man dann auch mal andere Perspektiven nochmal auf das Thema bekommt. Und man lernt da auch immer was dazu und das macht unheimlich Spaß. Auch meine liebste Aufgabe ist tatsächlich, sind die Pausengespräche. Also ich bin ja jemand, ich glaube, das ist bekannt, der immer den Kontakt zu den Kunden sucht und zwar zu den unterschiedlichen Kunden sucht und sich, ich sage mal, den Themen und den Diskussionen auch stellt. Ja, meine liebste Aufgabe ist natürlich, mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen und vor allen Dingen da Erfolge zu sehen. Dass der Kunde mit positivem Eindruck nach Hause geht, dass er für sich viel mitnehmen kann, wenn er mir beispielsweise sagt, das war heute eine tolle Veranstaltung und mir hat es hier super gefallen, dann bin auch ich zufrieden.